willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden tag nerds hier sind wieder marcus und christian eure nerds von nebenan heute reden wir über unlogische und nervige dinge die uns in filmen oder serien tierisch nerven los geht's willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerd herz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber marcus und christian hallo und willkommen zur neuen folge des mindcasts ich bin der marcus und drei meter entfernt ungefähr sitzt der christian hallo christian hallo marcus schön dass du mich wieder zu dir eingeladen hast schön dass ich wieder hier sein darf und schön dass du auch hier bist dass wir werden nie müde diese dinge zu erwähnen und das intro war sehr cool ja genau das ist das intro ist sowieso das coolste an unserem podcast nach mir so fangen wir mal an da war ganz kurz aus dem konzept ne ich habe überlegt ob ich was gemeines sage aber ich habe mich dagegen entschieden es ist heute der tag an dem ich mich endlich mal über ein paar sachen auslassen kann und ich möchte mich mit dir zusammen darüber auslassen christian wir sprechen heute über dinge die mich die uns nerven an filmen und serien und ich bin gespannt wie sehr oder wie wenig wir da auf einen nenner kommen werden okay ich bin auch gespannt weil ich bin so quasi gar nicht vorbereitet ja aber das ist ja manchmal das schönste daran es soll ja auch ein netter dialog werden ja genau das schöne ist das thema habe ich heute mitgebracht ich bin heute mal ausnahmsweise gut vorbereitet relativ wir werden sehen wahrscheinlich nicht ausnahme groß ausnahme siehe live streams vorab bevor wir loslegen auf jeden fall ein kleiner disclaimer ich weiß filme sollen unterhalten ich weiß deswegen ist auch nicht immer alles logisch und realistisch ja ich weiß die laufzeit eines films schränkt die möglichkeiten ein er hat nun mal nur eine gewisse länge so aber und hier kommt das große aber but maybe gerade die unlogischen oder ich sag mal typisch nervigen situationen reißen mich persönlich mehr raus aus der immersion als alles andere und genau diese situation diese alltäglichen mit denen man sich ja identifizieren kann die sind es ja eigentlich die mich so als zuschauer da reinholen weil das genau diese punkte sind mit denen man connecten kann so auch der superheld ist morgens ein frühstück als beispiel und da ist der frühstück das frühstück der punkt an dem ich connecten kann weil das mache ich auch okay also verstehst du meinen gedankengang es gibt so diese punkte die einen abholen egal wie unrealistisch wie science fiction lastig oder sonst was der film ist es gibt diese elemente die dann immer abholen da laufen auch menschen um ah ja ich bin auch ein mensch kann ich mich mit identifizieren geil sonstige sachen und genau die sind es die mich meiner meinung nach als zuschauer abholen sollten oder abholen würden denn genau die und da werden wir jetzt mal so ein bisschen durch meine notizen uns wühlen genau die sind es die oft einfach komplett random wirken und teilweise kompletter bullshit sind weil sie genauso nicht in der realität stattfinden würden und mich in dem moment nicht abholen genau das was sie tun sollten meiner meinung nach ja 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 so wir waren schon beim thema frühstück genau da fangen wir an okay also was essen superheel denn zum frühstück erzähl mal die essen eier von bösewichten ich weiß es auch nicht nein thema ich habe es mal genannt frühstück für die tonne aber man kennt es ist ein film es ist eine serie die charaktere wachen auf die sonne scheint schon durchs fenster rein alles ist schön harmonisch irgendwer aus der familie hat ein wunderschönes buffet aufgebaut quasi schon es gibt frische pancakes und keine ahnung was und da steht ein riesen fünf lieder pot o saft auf dem tisch und noch eine kanne milch und da wird noch der kaffee gekocht und keine ahnung was und dann kommt der hauptcharakter wupp schnappt sich eine scheibe trockenen toast und geht das könnte tatsächlich ich sein weil ich kann morgens also ich verstehe leute nicht die wirklich aufwachen und dann hunger haben und frühstücken können das ist das geht für mich gar nicht also das würde mich jetzt so gar nicht abholen beziehungsweise es würde mich in dem fall abholen dass ich die person verstehen kann die sich einfach den trockenen toast zwischen die kiemen schieben und einfach abhaut weil ich ja aber warum dieses frühstück machen warum dieses frühstück machen meine ich einfach ja einfach um zu das ist ja eigentlich nur das signal a ist es morgens es ist frühstückszeit ist es morgens vor der arbeit noch quasi das das ist ja das signal was da eigentlich gesendet wird es suggeriert eine perfekte welt quasi wie es sein könnte ja die lebensmittel nachdem der charakter weg ist in die tonne zu schmeißen ist natürlich richtig perfekt ja so weit denkt doch niemand ja aber aber das ist so dass es wird immer viel vorbereitet dass es immer richtig alles frisch zubereitet am besten auch die milch frisch aus der kuh gemolken irgendwie keine ahnung da stehen zig teller alles ist fein gedeckt und dann das ist immer so ja mom ich bin zu spät ich muss zur schule wupp toast weg ja so das ist das was ich denke klassiker können sie nicht einfach nur uhr zeigen wo deutlich wird es ist morgens oder man sieht den charakter wie aus dem bett aufsteht und sich fertig macht und keine ahnung es muss immer dieses riesige essen sein es muss immer aber das hast du hauptsächlich bei frühstück tatsächlich dass du so ein riesiges essen vorbereitet hast und dann gehen sie alle was mir da auch gerade so auffällt wo du das beschreibst zumindest ist das so meine von meiner erfahrung raus entweder oder es gibt da so zwei szenarien entweder der hauptcharakter steht auf und ist super gut gelaunt oder der charakter steht auf und merkt scheiße ich bin zu spät für mich wäre es noch realistischer das wäre dann so meine version szenario nummer drei der charakter steht auf ist erstmal super angepisst und will eigentlich gar nicht aufstehen das sind so die sachen da kommen jetzt gleich zu einem zu einer phrase die du noch sehr oft hören wirst die habe ich nämlich an einigen punkten mehr dazu geschrieben okay heute hangele ich mich tatsächlich mal an so ein paar punkten entlang mache ich sonst nicht so mit einem notizzettel und pipapo aber mir war es wichtig dass ich diese punkte aus meinem kopf rauskriege weil sie zerfressen mich innerlich du siehst auch ziemlich zerfressen aus wir werden heute sehr oft hören es sei denn es gehört zum plot das werde ich sehr oft sagen schon mal ein kleiner disclaimer noch mal vorweg ihr könnt eine strichliste führen oder ihr könnt ein trinkspiel draus machen ja besser nicht sage ich schon mal vorweg kommen nämlich da gleich zum zweiten punkt auf meiner liste ich habe es genannt parkplätze für hauptcharaktere wenn jemand in der serie oder einem film irgendwo hin muss ist das es ist toll die haben immer einen parkplatz hast du schon mal jemanden im film auf parkplatz suche gesehen wo du jetzt das gerade so sagst nee es sei denn es gehört zum plot ja ja das stimmt ja dass sie es ist immer auf dem weg zum nächsten parkplatz slot irgendwo wen treffen oder weißt du also ja es ist immer ein parkplatz da ja ganz cool ist auch die sind die sind die sind auch nie zu spät weil die immer einen parkplatz haben ja es sei denn es gehört zum plot dass sie zu spät sind dass das wichtig ist richtig richtig und da fällt mir auch sofort eine szenerie ein da muss ich direkt an esventura 2 denken kennst du das wurde dann quasi mit diesem mit diesem art jeep ankommt da so reinslidet 20 überschläge macht und genau in der parklücke landet nee aber das beschreibt quasi diesen punkt auf meiner liste sehr sehr gut also ja sie sind wie gesagt nie zu spät es sei denn es gehört zum plot gerade zu spät zu sein deswegen ärger zu kriegen oder ein problem zu haben dadurch ganz klar und es gibt diese parkplätze immer direkt am zielort das könnte jetzt der angesagteste ort der stadt sein ja die haben da einen parkplatz direkt davor vorm eingang ja natürlich immer natürlich die national national state bank of america oder was auch immer direkt direkt davor parkplatz weil ich muss da gerade hin so meistens die behinderten parkplätze das hast du jetzt gesagt nee also das ist sowas wo ich mir denke ja ich meine klar wie gesagt der film der soll es nicht 30 minuten lang zeigen wie der parkplatz sucht das ist das ist natürlich klar und das ist ein deutscher film ja dann besteht der film aber auch nur aus diesen 30 minuten wo er einen parkplatz sucht ich finde es einfach super schwierig es ist natürlich klar es ist natürlich ein erzählerisches mittel und man erlebt da natürlich nicht 24 style das geschehen in echtzeit vielleicht hat er vorher eine halbe stunde einen parkplatz gesucht das ist mir alles klar aber es sind doch genau die momente mit denen man irgendwie so relaten kann wo man sagt ja damit kann ich mich identifizieren irgendwie das verstehe ich irgendwie frustig man muss es doch auch nur mal angedeutet zeigen aber selbst das hast du überhaupt nicht also beziehungsweise selten bis gar nicht es sei denn es gehört zum plot wie gesagt dann wird das meistens aber auch echt ausgeschlachtet dann fahren die in fünf sechs parklücken werden da rausgejagt und keine ahnung keine ahnung super nervig ja da fällt mir auch ein wenn ich mir jetzt zum beispiel so krimiserien zum beispiel in den usa ansehe diese dieses ist ja meistens so die fahren dann los und es stehen an dieser szenerie was weiß ich 20 autos kreuz und quer und die hauptcharakter oder die charakter um die es gerade geht stellen sich einfach dazu und ich denke mir so ja oder für genau die ist noch genau vorne am an der absperrung den platz frei dass sie bis zur absperrung fahren können aussteigen elegant unter der absperrung sich hindurch schwingen sagen ich bin jetzt da auch wenn sie zum beispiel einen rettungswagen damit blockieren würden oder so ist scheißegal ich meine klar dass das das dient natürlich der geschwindigkeit und dem in szene setzen von den leuten die jetzt in dem moment gerade wichtig sind und so weiter so aus aus regisseursicht und so weiter verstehe ich das also ich verstehe warum das ist warum das ist unheimlich es triggert mich wirklich unheimlich weil es oft sachen sind die nerven und wir kommen da noch zu sachen die du glaube ich auch mehr nachvollziehen kannst das im moment sehr sehr banale sachen was mich super nervt zum beispiel ich glaube da könnte jetzt so ein punkt sein wo du auch dich so ein bisschen mit identifizieren kannst was ich vielleicht auch ein bisschen triggern könnte wobei du von dir selbst gesagt du bist mehr jemand der sich davon berieseln lässt einfach einfach kommentarlos konsumiert ja ich bin tatsächlich so der typ konsument der von einem film eher unterhalten werden möchte das ist der ich doch auch dann macht doch diesen scheiß nicht unterhaltet ja ja ich muss aber dazu sagen es gibt halt menschen die so ein bisschen ja die möchten content haben der ein ich sag mal quasi auch so ein bisschen fordert und ich bin so einer der lässt sich auch durch total dumme filme gut unterhalten also es ist die rtl musik ich wollte die rtl musik pfeifen um das zu kommentieren aber es hat nicht geklappt nein tatsächlich also so schlimm ist es nicht aber wenn man sich jetzt zum beispiel es gibt ja so einen sehr bekannten deutschen regisseur der sehr bekannt ganz viele schlechte genau der ganz viele schlechte filme macht und ich muss zu meiner schande gestehen ich fand blood rain den ersten teil gar nicht mal so scheiße also er hat mich tatsächlich ein bisschen unterhalten aber das ist auch tatsächlich das ist deswegen also dein niveau filme ist nicht mein niveau filme die wir mögen dass das könnte auch das spannende daran sein ja also ich lasse mich ja auch gerne davon beriesen ich kann mir auch den letzten scheiß angucken und bin davon noch unterhalten wie gesagt ich verstehe ja auch grundsätzlich warum das nicht immer so in aller länge und so weiter gezeigt wird weil es einfach auch nicht ja ich sag mal nicht die story vorantreibt oder nicht das in szene setzt was jetzt in szene gesetzt werden soll also ich verstehe es schon vom vom rein vom rein logischen standpunkt her aber es sind halt punkte die mich oft rausreißen weil es sachen sind die mich triggern weil man sie einfach nie sieht es ist dann oft einfach so dieses zu perfekte oder zu gut funktionierende und die probleme die gezeigt werden sind eigentlich immer nur die story relevanten oder die plot relevanten und das finde ich halt so schade es gibt schau dir zum beispiel hast du die serie kennst du breaking bad ich kenne sie ich habe sie tatsächlich nie gesehen okay davon gibt es noch einen ableger better call saul ja so übrigens auch sehr zu empfehlen und in better call saul gibt es diverse neben storylines und die sind alle auf dem fucking gleichen level wie die haupt storylines ist eine also meiner meinung nach eine der besten serien in aller zeiten vom storytelling vom wie die charaktere geschrieben sind von den schauspielern her und selbst die kleinsten nebendarsteller mit einer ganz kleinen neben storyline die ein zweimal in der serie vorkommen sind so geil in szene gesetzt und du kannst einfach zu allem connecten finde ich das ist so geil das würde ich mir für mehr sachen wünschen und je mehr ich solche ich sag mal qualitativ guten serien wo auch mal sachen so ein bisschen unperfekt behandelt werden ja die ist dadurch aber wirklich perfekt machen eigentlich weil man eben genau diese ecken und kanten eben oft vermisst je mehr ich solche serien sehe umso mehr fällt mir das bei bei der breiten masse auf und umso mehr triggert es mich tatsächlich das war nicht immer so aber mir fallen solche sachen immer mehr auf und klar wenn wir jetzt von filmen sprechen wenn du da anfängst dann von logik zu sprechen gerade so bei action und science fiction film und so weiter dann kannst du dir natürlich auch den ganzen film madig reden das ist mir klar darum darum geht es mir auch gar nicht es geht mir einfach so um diese kleinen situation wo immer wieder aufwärts ey leute warum warum und das auch mein mein persönlicher punkt drei ist dein handy gerade auf laut gestellt nein genau richtig aber wenn der geheimagent x auf einer geheimen infiltrationsmission ist dann ist dein handy auf laut und er wird genau dann angerufen wenn um die ecke der nächste feind lauert ja das stimmt kennst du die situation natürlich mache ich das nicht auf auf lautlos warum denn ich bin ja nur ein perfekt ausgebildeter geheimagent warum sollte ich dann mein handy auf lautlos stellen ja genau ja oder zumindest auf vibration um trotzdem erreichbar zu sein ja ding 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 ja warum natürlich klingelt das in einer denkbar ungünstigen situation warum weil es zum plot beiträgt weil er entdeckt wird richtig weil dann die action meist losgeht so und und bei bösen charakteren passiert das ja auch hin und wieder mal aber in der regel ist es so dass das der hauptcharakter oder einer einer der wichtigen guten charaktere sage ich mal im überzogenen beispiel dass der dieses problem hat zu dumm ist sein handy auf laut loszustellen ja und genau dadurch entwickelt sich die story weiter weil der eigentliche plan scheitert und man irgendwie improvisieren muss das chaos bricht aus lalalala ja genau genau dann ja und es gibt es gibt auch noch den gegenpart dazu zu diesem klingelnden handy wenn charaktere etwas wichtiges verpassen sollen dann haben die das nämlich nie auf laut ja dann ist das nämlich immer dieser große das kennt man auch dieses close-up dann auf das handy close-up auf das handy was so so über den tisch vibriert während der charakter gerade unter der dusche ist richtig ist ja praktisch dass das gerade auf vibration gestellt ist aber bei der geheim infiltrations mission nicht ja so wo es logisch wäre machen das nicht das geht mir auf den sack kannst du also solche sachen kannst du auch auf spiele übertragen kennst du die splinter cell reihe ja so sam fischer mit seinem ultra krassen nacht sichtgerät steht im dunkeln im absolut dunkeln und hat so drei grün leuchtende punkte auf dem kopf ja und keiner sieht ihn wenn du die kamera drehst von vorn drei grüne leuchtende punkte im dunkeln ich weiß das soll simulieren wo du bist dir als spieler helfen dich im dunkeln auch zu sehen und so weiter aber das ist fucking dumm ja das ist fucking dumm es ist einfach dumm das ist das ist genauso dumm wie star wars villains also die ganzen ich sag mal stone trooper auf dich ballern 20 ballern auf dich drauf und treffen dich nicht ja das ist das ist genauso so kann man auch einstehen habe ich jetzt nicht auf einer liste stehen aber es tatsächlich so ein ding leute die irgendwo weg laufen und auf die geschossen wird da kommt niemand auf die idee mal meter vorzuhalten ja ich schieße jetzt dahin wo du jetzt stehst und halte nicht dauerfeuer dahin wo du jetzt hin rennst ich müsste ja nur ein meter nach also wenn du von links nach rechts läufst müsste ich ja nur zwei meter nach rechts zielen und dauerfeuer halten wenn du eine gerade linie läufst richtig es könnte so einfach sein liebe leute genau irgendwann rennst du einfach ins dauerfeuer rein und ja es ist ein spannungselement ja es soll die action transportieren das ist mir alles bewusst aber es wirkt stellenweise einfach so dumm und so erzwungen wenn es gut gemacht ist gar keine frage ja manche filme lösen das ja auch über schnitt oder über spontane wendungen und keine ahnung was aber an manchen oder an vielen stellen denkst du dir einfach boah leute leute warum warum ja und wenn ihr wenn ihr ein gutes film beispiel haben wollt zu diesem handy dilemma schaut euch einfach mal the departed an wer den film noch nicht kennt generell einfach mal eine film empfehlung gutes ding und wer noch nie darauf geachtet hat beim gucken dieses films achtet mal auf situationen in denen ein handy sehr spontan klingelt und überhaupt einfach nur klingelt weil es wichtig für die story ist achtet mal darauf wenn ihr das nächste mal schaut guter film tut es euch einfach mal an ihr werdet schmunzeln das kann ich euch schon mal versprechen aber was mir jetzt gerade so einfällt hättest du da nicht im vorfeld bei der folge jetzt sagen am besten noch ein disclaimer machen müssen so nach dem motto ja wir besprechen jetzt hier irgendwelche unlogischen dinge die mir aufgefallen sind und es könnte sein dass ihr das den nächsten übernimmt bei den nächsten film den ihr guckt weil ich ich kenne mich zum beispiel jetzt wenn wir darüber reden werde ich garantiert darauf achten die unlogischen dinge dann irgendwie in film oder serie zu suchen weil du mich dann so darauf getriggert hast das da übernehme ich aber keine verantwortung für das ist ja jeder selbst verantwortlich natürlich das seid ihr sowieso wenn ihr den mein cast hört da ich übernehme keine verantwortung für hirnschäden ja das das sollte eigentlich jedes mal jetzt demnächst ein disclaimer vor die folge nö das ist zu viel arbeit ich bin ein fauler mensch ja das bist du nächster punkt auf meiner liste die perfekte wassertemperatur wenn in filmen oder serien duschen angeschmissen werden die leute stellen sich einfach eiskalt immer drunter und das ist scheinbar immer sofort super angenehm das habe ich das habe ich bei noch keiner dusche erlebt und die leute machen das in komplett fremden hotelzimmern oder keine ahnung was unter duschen mit denen sie noch nie geduscht haben die drehen das auf stellen sich direkt drunter oder stellen sich drunter und drehen es auch während sie drunter stellen ja ich weiß nicht wie es euch geht liebe leute da draußen aber ich würde tausend tode sterben denn bei mir darf es weder zu kalt noch zu heiß sein ich brauche da mein gutes mittelfeldtemperatur technisch ja solange das nicht erreicht ist betrete ich die dusche auch nicht ja dann wird höchstens die hand drunter gehalten ja ich weiß mittlerweile beim also bei meiner dusche weiß ich das so wenn ich die anmache mir dann kurz noch keine ahnung den den rest ausziehe den ich noch an habe irgendwie und dann gehe ich und die dusche bis dahin passt das jetzt wird sexy nein also und aber bei einer fremdusche wüsste ich das halt nicht da würde ich halt auch wie so ein depp mit der hand daneben stehen immer drunter fühlen bis es so ungefähr passt ja genau ja das geht ich meine wie gesagt ich verstehe warum das so ist und so weiter und so fort man möchte jetzt nicht sehen wie ein charakter da fünf minuten mit der hand unter der dusche steht und die temperatur abschätzt aber ihr wisst was ich meine es sind einfach so kleinigkeiten das ist tatsächlich ein punkt der stört mich jetzt weniger aber der fällt mir auch immer wieder mal auf weil ich beim duschen halt echt eine mimose bin ich bin warm duscher aber es darf nicht zu heiß sein das ist so ich bin da so dass das zarte blümchen im garten der duschen das ist ich kann auch nicht nach meiner frau duschen weil die duscht immer so also wenn ich da so duschen würde würde ich krebsroter rauskommen danach weil die duscht immer mit so heißem wasser ja dass ich das gefühl habe dass mein fleisch danach einfach zart durch ist das kann ich nachfühlen ich komme wahrscheinlich auch gegart dann aus der dusche also das ist so gar nicht meins so langsam die temperatur steigern das schon also ich habe das schon so dass ich dann wenn ich so ein bisschen länger ich bin auch jemand der lange duscht irgendwie dass ich dann nach und nach noch mal so die temperatur ein bisschen erhöhe irgendwie weiß dass ich schon ganz gerne mag wenn es heiß ist aber auch nur bis zu einem gewissen punkt also das ist auch nicht bis zum limit interessant bei mir geht es nämlich in die andere richtung ich mache es immer kälter na doch das weckt die lebensgeister weil ich eher so ein morgenduscher bin ja ich bin auch ein morgenduscher aber ich habe bei mir halt immer noch so zum richtig wach werden habe ich dann die fahrradfahrt zur arbeit ja die brauche ich für mich persönlich tatsächlich okay ich glaube wir sollten wieder so richtung filme zurückkommen ach quatsch das nächste ding ist was das wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen da bin ich mir zumindest sicher dass sie das auch schon mal irgendwann aufgefallen ist und da habe ich tatsächlich aus dem internet sondern so ein paar punkte aus dieser liste habe ich mir aus dem internet zusammengesucht um also nicht weil mir keine eingefallen werden sondern ich habe einfach mal so geguckt wie wie sehen andere leute das so ja und habe mir also ein paar rausgeholt die ich auch so sehe und ein paar habe ich dann selber ergänzt und bei dem punkt das habe ich tatsächlich ich habe es einfach mal übernommen das beispiel wie es geschrieben ist weil es einfach es ist trifft den nagel auf den kopf und ich könnte es nicht besser beschreiben ich sage nicht welche überschrift das ganze hat aber ihr werdet sehr schnell merken worum es geht ja und dem beispiel stand ich fand so gut ich habe es wirklich eins zu eins einfach geklaut mysteriöser typ der wichtig für den plot ist sagt wir treffen uns am 5 september um zwei uhr 37 morgens an der ecke 134 straße und wilmington willershofen avenue im granberry hasselbank marianakow und sans café und delhi geh an die bar links und fragt bei josé manuel nach dem huhn aus becking hamptonshire er wird dich zu mir bringen ich werde einen agavengrünen hut und einen safiring am linken zeigefinger tragen codewort endoplasmatisches rektikulum hauptdarsteller ohne anstalten dies zu notieren okay bis dann die überschrift heißt anweisungen und details merken wenn du der hauptcharakter bist ja ja ich habe generell ein sehr schlechtes erinnerungsvermögen was so details angeht die ich mir nicht notiert habe oder nicht in irgendeiner weise mir im kopf abgespeichert habe und das ist so ein ding da denke ich mir regelmäßig ja passt wie macht ihr das auch irgendwelche codes irgendwie keine ahnung wichtig die bombe zu entschärfen ist dass du das links draht und und dann drehen und hier und pi mal daumen und lalalalalala okay ich fahre dann jetzt mal dahin und drei stunden später mache ich das genauso wie du mir das gesagt hast notizen brauche ich nicht das so ein ding das fuckt mich mega ab ja ja ich also ich kann jetzt aus meinem beispiel quasi sagen ich habe mir endoplasmatisches rektikulum gemerkt ja wahrscheinlich nur wegen rektikulum durchaus ja natürlich popo witze ja wobei rektikulum oder retikulum steht ja sogar noch was anderes ist als rektum ja da ist glaube ich nochmal ein unterschied dann habe ich einfach nur einen arsch da reingeinterpretiert ärsche für die den ärsche zustehen oder so kann aber aber kennst du auch solche also jetzt nicht nicht namentlich genannt mit film x oder serie y oder so aber ist dir das auch schon mal auf ja also tatsächlich ist mir das schon des öfteren aufgefallen und da muss ich tatsächlich sagen es ist es auch des öfteren so gewesen ich dachte mir scheiß wie kann der sich das alles merken ich habe quasi nach dem zweiten satz schon abgeschaltet und der so klar kein problem und das das finde ich total strange irgendwie und das ist tatsächlich so einer dieser punkte der mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr rausholt ich denke mir dann immer so leute das würdet ihr sich nie im leben merken ja absolut da kommt immer so ein bisschen die logik bitch irgendwie bei mir durch da sage ich mir das könnte er sich nie im leben nicht merken teilweise noch unter unter beschuss von allen seiten und gebäuden die um einen rum explodieren und keine ahnung was wo leute schon allein durch die erste explosion traumatisiert werden fürs leben genau ja es ist ein hauptcharakter ja wichtig für die story blablabla und in dem moment klingelt sein lautloses telefon genau soll ich mir eine notiz machen nein siri als maul ich bin der hauptcharakter ich kann mir das merken und das ist keine ahnung dass das das holt mich wirklich raus so ein ding was mich was mich auch immer wieder wundert aber was ich für mich im kopf immer so ein bisschen abgetan habe als ach ja gut das ist vielleicht einfach typisch amerikanisch ja der ablauf in gastronomie betrieben ich finde ich finde es sehr verrückt du setzt dich hin in einer serie oder einem film bestellst etwas und keine zwei minuten später ist dein hauptgericht da respekt also wenn das in amerika so funktioniert ich war tatsächlich noch nie da aber respekt die wissen ganz genau was ich möchte und haben das schon vorher zubereitet oder diese gehen alle in irgendeine kantine wo alles schon fertig zubereitet reißen die plastik folie genau dreht sich vorher schon stundenlang auf so einem warm halteteller irgendwie in irgendeinem gefäß richtig folie ab und ab nee also dass das diese bestellung einfach ich meine klar die können jetzt natürlich nicht wie jetzt in einem normalen restaurant ungefähr eine halbe stunde da rumsitzen und warten das ist ja klar aber oftmals ist es ja nicht mal so dass klar wird okay die sitzen da jetzt über einen längeren zeitraum also dass du merkst da ist irgendwie ein schnitt und dann wird noch mal dahin geblendet oder so sondern sie bestellen und sie sie führen eine unterhaltung und während dieser unterhaltung wird das essen quasi schon gebracht genau also das hast du ja ganz oft richtig richtig und das ist das wo es für mich einfach diese dieser immersions break da ist wo ich sage nee das wäre jetzt noch nicht da warum so also also warum haben die das schon ja also warum kann man nicht einen cut einbauen oder irgendwie signalisieren dass mehr zeit vergangen ist ja also sie müssen diese zeit ja nicht zeigen aber da diesen kleinen diesen kleinen das kleine müh an mehr aufwand um einfach zu signalisieren die zeit ist weg und wenn es einfach nur dieses ist die uhr steht oben auf der vollen stunde und dann kommt ein kurzer fällt und es ist 20 minuten später oder so wie auch immer scheißegal oder es kommt so ein kleiner schnitt rein und dann spongebot mit sich 30 sekunden später ja genau oder kellner sind immer griffbereit das ist immer nur hey hier kellner und schon ist einer da ja teilweise rufst du das den leuten zu und die kommen einfach trotzdem eine halbe stunde nicht zu dir aber wobei ich sagen muss ich glaube das ist tatsächlich einigermaßen realistisch weil in amerika ist es glaube ich so die haben ich sag mal für vier tische immer einen festen kellner ja gut hast du hier ja auch in der regel dass sie fest zugeordnet sind ja ja aber die reagieren aber die haben aber auch ein ganz anderes selbstverständnis von service tatsächlich in amerika das habe ich gelernt die haben ganz anderes selbstverständnis von ich kriege trinkgeld wenn ich da bin deswegen wahrscheinlich schneller ja die schleim mehr ist ja auch so ein system was ich persönlich überhaupt gar nicht verstehen kann dieses trinkgeld system in amerika irgendwie bezahlt die leute einfach nach einem lohn ja ich bin halt auch nicht wirklich einen trinkgeld geber bin ich ganz ehrlich weil ich mir immer denke also zumindest hier in deutschland ich war jetzt ja auch noch nie im amiland aber ich mache das in deutschland eigentlich nicht es sei denn der service hat mich irgendwie sehr überzeugt oder der kellner oder so war einfach sehr nett und freundlich zuvorkommt oder irgendwie sowas dann gebe ich auch schon mal ein bisschen trinkgeld aber so dieses du musst eine bestimmte prozentzahl prozentzahl an trinkgeld geben ja und das musst du eigentlich ansonsten treten sie dich wahrscheinlich aus dem laden raus oder lassen dich nie wieder rein das finde ich ist ein sehr weirdes konzept dass das so eine selbstverständlichkeit dieser freiwilligen aber eigentlich nicht freiwilligen zahlung ist das habe ich nie ganz verstanden ich finde es super weird ja meine erfahrung aus tschechien ist zum beispiel dass sie da einen bestimmten prozentsatz quasi als service pauschale schon direkt auf die rechnung mit drauf machen das ist ja auch in ordnung das mit dem trinkgeld gar nicht das ist ja auch in ordnung und bei uns ist es ja auch in den preisen mit einberechnet weil die natürlich ihre ihre angestellten bezahlen ja natürlich so dass die sich natürlich durch trinkgelder was dazu verdienen das ist wieder was anderes das ist ja auch in ordnung ja so ich kann ja auch einem taxifahrer ein trinkgeld geben prinzipiell ist es ja einfach so du honorierst damit einen überragenden service außerhalb des normalen services den sie eigentlich bieten genau und das ist so dieses mehr bezahlen weil sie ihren job machen finde ich halt einfach dumm ja einfach weil sie nicht den entsprechenden lohn bekommen also dass sie das dass du in den usa das quasi brauchst um da über die runden zu kommen als kellner quasi dass du quasi von diesem trinkgeld lebst ja das verstehe ich aber das konzept an sich dass es überhaupt zu diesem punkt gekommen ist das verstehe ich nicht du kriegst nicht genug vom mindcast auf steady punkt de slash mindcast gibt es exklusive folgen monatliche votes und watch parties und einen komplett kostenlosen newsletter für dich werde auch du supporter vom mindcast so wir sind immer noch in den gastro betrieben ja da stört mich scheinbar eine ganze menge durchaus durchaus ich merke das schon bezahlen findet er offensichtlich also auch wieder so ein bisschen us zentriert jetzt thematisch das bezahlen findet da irgendwie so ein bisschen auf vertrauensbasis statt die legen immer so ein bisschen geld auf den tisch und gehen dann ja so hast du da hast du das schon mal in deutschland gemacht nein nein weil da würde ich eigentlich gar nicht zu kommen ich glaube man würde mich wahrscheinlich eher kurz vorm ausgang noch aufhalten so nach dem motto du hast nicht bezahlt junge genau weil es bei uns ganz anders läuft ja du sagst ich möchte gerne zahlen es wird der korrekte betrag plus vielleicht ein trinkgeld ausgetauscht genau und dann steht man auf dem kit genau richtig und das finde ich so weird ich meine die sehen vielleicht dass du da geld hin legst aber die sehen doch bei aller liebe nicht ob das ansatzweise passt richtig du kannst doch einfach einen haufen münzen hinwerfen für 30 euro essen legst du dann keine ahnung drei euro fünfzig drei euro fünfzig auf dem tisch und gehst das finde ich immer so richtig weird ich keine ahnung dass das holt mich überhaupt nicht ab und es stört mich es stört mich wirklich ich komme mir gerade vor wie so ein opa auf der auf dem balkon der die die nachbarskinder anschreit weil er so spießig ist irgendwie aber das stört mich jedes mal wenn ich das sehe meine cheffe würde jetzt sagen boah du bist so deutsch ja also das ist ein punkt da bin ich wirklich sehr deutsch dass das würde mich kaputt machen ja also du siehst ja auch nicht wie gesagt wenn da jetzt ein kellner steht irgendwie und die legen das einfach nur dahin und gehen dann kannst du zumindest noch noch irgendwie sehen passt das zumindest grob irgendwie ja genau also rein theoretisch da ist ja weit und breit in der regel keiner zu sehen und dann stehen die auf und gehen und legen da irgendwas hin theoretisch kannst du doch einfach nichts dahin legen natürlich und das keine ahnung nervt mich hört auf mit dem scheiß bezahlt richtig von mir aus macht noch eine trinkgeldszene mit rein wenn ihr das für eure kultur braucht aber zeigt doch wie die leute das bezahlen das macht mich bekloppt ja und ich weiß auch nicht ob das dann vielleicht auch so einen vielleicht ist es so eine common misconception wie man sagt sondern so ein allgemeiner irrglaube ja dass man dass das da so läuft vielleicht ist das in der realität gar nicht so ich war jetzt noch nie in den usa deswegen kann ich dir das nicht sagen ob das wirklich gang und gäbe so ist dass man das so macht vielleicht kann das jemand von euch da draußen vielleicht wart ihr schon mal in den usa dieben zuhörer da draußen und zuhörerinnen und diverse vielleicht wart ihr schon mal da und wisst wie das läuft würde mich mal sehr interessieren schickt uns gerne über social media oder über das feedback formular auf mindcast-podcast.de zu würde mich sehr freuen weil es interessiert mich echt weil ich kann mir nicht vorstellen dass das wirklich so gang und gäbe ist dass die einfach da irgendwas hinlegen und gehen ich kann es mir nicht vorstellen gerade in größeren restaurants oder so kann ich mir das wirklich nicht vorstellen absolut nicht absolut nicht also keine ahnung irgendwie ritz karten die hotel bar irgendwie dass du da irgendwas hinlegst und einfach gehe ich kann es mir nicht vorstellen ganz ehrlich nicht aber vielleicht ist das auch einfach so ein sehr krasser kultureller unterschied da weil es bei uns einfach gar nicht passiert also ich habe es hier zumindest noch nie erlebt ich habe es weder selber gemacht noch irgendwie irgendwo mal gesehen noch so ein ding sind wir wieder so ein bisschen beim frühstück das essen wird oft gar nicht gegessen was die leute bestellen die stochern dann meistens so ein bisschen in den rum du hast eher selten situationen wo richtig gegessen wird ja ja also das hat man mal wenn irgendjemand einen längeren monolog führt oder so dann ist das gegenüber also die gegenüber sitzt eine person schon mal irgendwie in der zeit aber oft hast du so die sitzen da eigentlich nur weil es eine nette szenerie ist und es essen wird gar nicht angerührt oder nur so ein bisschen drin rumgestochert und hin und her geschoben ja das finde ich auch sehr sehr weird weil man in den meisten fällen auch einfach eine andere location hätte wählen können so es gibt ja wenn man jetzt wenn man jetzt eine ruhige location will oder eine öffentliche location oder sonst irgendwas ich behaupte mal dass es da andere varianten gegeben hätte vielleicht auch einfach ein kaffee oder so wo man einfach getränk da stehen hat oder so genau also also warum immer dieses mit essen wenn man es dann nicht ist ja so und es ist oft es ist oft viel zu oft so dass auch dort nicht diese diese zeitliche schiene behandelt wird und es wird gesagt so keine ahnung schnitt und dann ist plötzlich der teller leer oder so hast du auch viel zu selten finde ich ich komme gerade so richtig urdeutsch vor so richtig ja das das ist scheiße das ist scheiße macht das richtig ich stelle mir gerade marcus vor wie er in einer szenerie dann da steht wenn die einfach nicht aufessen marcus steht auf geht zu denen hin hebt den zeigefinger und sagt kinder in afrika würden verhungern gerade und ihr esst das hier nicht auf schämt euch das ist ein falschen eindruck von mir ich würde sie mit dem kopf in den teller drücken ach so ach so ja das kann natürlich auch auf dem trigger level bin ich gerade porzellan knutschen ja also also das das sind so sachen in den gastro betrieben quasi die mich so ein bisschen bisschen hart triggern die mit dem ich nerven aber nicht weil es unbedingt unrealistisch ist sondern weil man für den gleichen effekt erzählerisch einfach eine andere szenerie hätte wählen können so also also man hätte es ja anders machen können und hätte diesen makel sage ich mal nicht in der szene drin ja es ist es wird den meisten auch nicht auffallen und die meisten leute werden auf sowas gar nicht achten aber mich nervt es einfach ganz oft wie kannst du eigentlich filme genießen wenn ich so viel triggert naja weil mich das jetzt lasse ich das natürlich ein bisschen überspitzt auch raus ich kann schon filme normal gucken und kann die genießen keine sorge aber wenn man sehr viele filme guckt und ich gucke halt einfach sehr sehr viele filme und auch serien dann fallen einem irgendwann einfach sachen auf und wir haben uns im vorwelt ja schon kurz drüber unterhalten ich gucke ja auch immer so ein bisschen aus anderen perspektiven ich bin mensch ich bin mensch ich mache halt viel mit video und bildern und auch so viel in kreativer richtung allgemein und ich habe immer so ein bisschen diesen kreativen aspekt im kopf wie würde ich es machen was würde ich anders machen und ich überlege halt oft auch und das sind dann eben diese momente wo mich manche sachen triggern warum haben die das so gemacht ja ja also warum warum muss das jetzt in einem restaurant stattfinden zum beispiel wenn es eigentlich gar nicht um das essen geht okay ich würde das dann wahrscheinlich so eher im musikalischen bereich dass da erwische ich mich zum beispiel bei soundtracks oder achte ich halt auch sehr drauf also die das also mit mit soundtracks stehen und fallen auch viele filme für mich atmosphärisch oder sehr klar also sehr zu empfehlen zum beispiel der dark soundtrack auf netflix großer sag mir bitte nicht du hast dark noch nicht gesehen ich sag's nicht ach du scheiße ich bin ich muss ich muss aber auch ehrlich zugeben ich bin nicht so der große binge watcher also es muss ja aber du hast ja noch nicht mal angefangen das hat ja nichts mit binge watch zu tun nein nein ich meine durch durch corona jetzt zum beispiel gucke ich jetzt viel mehr netflix viel mehr prime und sowas allerdings ich es braucht eine ja es ist schwierig mich irgendwie für was zu begeistern dass das ist mein problem okay pass pass auf deal wir gucken zusammen nicht jetzt wir gucken zusammen zu einem noch nicht festgelegten zeitpunkt zwei folgen dark okay und ich versuche dich davon zu begeistern weil meiner meinung nach ist es eine der besten serien aller zeiten okay und ich finde es eine schande dass du sie noch nicht gesehen hast und wenn du nach zwei folgen noch nicht sagst okay habe ich bock darauf auch die dritte zu gucken ja dann lass ich dich hinziehen wir werden nie wieder über dark sprechen wir werden nie wieder besprechen wir werden nie wieder miteinander sprechen genau so ein ding ist das nämlich wenn du nach zwei folgen nicht begeistert bist lass ich dich damit in ruhe aber ich bin mir sicher dass du es bereuen wirst ist noch nicht gesehen zu haben okay jetzt ist es kann durchaus sein dass es genauso wie diverse serien zum beispiel wie wir gerade gesagt haben dass es hier jetzt ist der jetzt ist der name weg hier heisenberg und so war breaking bad danke das ist auch so eine serie die mega gehypt wird alle um mich herum haben sie gesehen ich habe sie nicht gesehen ich ich kann dir nicht sagen wieso irgendwie fehlt mir da so der trigger wo ich sage ich muss das jetzt sehen bei game of thrones war das irgendwie total einfach weil ich bin super mittelalterlich interessiert und da ist einfach blut gewalt game of thrones ist für mich außer die achte staffel natürlich die gibt es für mich nicht ja game of thrones hat mich die letzte staffel ist doch die siebte oder die siebte ist die letzte staffel und danach endet alles ja auch da muss ich sagen guck dir breaking bad wirklich mal an ich habe dich früher als die als die ganz neu raus kam staffel eins und so weiter wurde mir nur gesagt ja das ist so eine serie über einen der drogen verticken will und keine ahnung was und ich hatte im kopf irgendwie das bild von so einem kifferfilm als serie weißt du so dieser typische kifferfilm hier so so high und keine ahnung an den habe ich auch direkt gedacht half baked und und wie auch immer gibt es gibt es ja zig dinger sowas dachte ich mir wollen die irgendwie als serie machen aber das ist das ist düster das ist hart das ist brutal das ist von den charakteren und der story so geil geschrieben ja es ist wirklich wirklich gut und es hat es hat überhaupt nicht so diesen kiffer wie sind drogen junkies der es geht natürlich um drogen ja und auch dementsprechend logischerweise früher oder später auch um um junkies und den konsum und so weiter aber das ist also dieses ganze drumherum das business und und diese diese kriminellen konflikte und und das ganze was was da so drumherum noch existiert das ist so krass es hat mich wirklich innerhalb von auch ein zwei drei folgen so gepackt und auch brian cranston den man ja als ja mehr oder weniger liebevoll chaotischen vater aus merke mittendrin kennt richtig in so einer komplett anderen rolle zu sehen mega gut ja das ist das was mich auch so ein bisschen interessiert weil ich kenne brian cranston tatsächlich auch nur aus merke mittendrin du wirst ihn nicht wiedererkennen also also als so als charakter ja es ist so krass und es gibt ja es gibt ein es gibt ein nettes fan crossover also also eine fan theorie sage ich mal die die sagen dass er also sein charakter ist ja walter white dass walter white am ende seiner drogengeschäfte quasi ins zeugenschutz programm gekommen ist und das merke mittendrin quasi seine zeit danach ist das fand ich sehr sehr lustig geile theorie ja fand ich super lustig muss ich immer wieder schmunzeln wenn ich daran denke weil es großartig lustig was was für gedanken sich manche fans machen ja gut also wie gesagt ich versuche dich noch von ein paar serien zu überzeugen ich bin mir sicher dass ich das schaffe ich bin ich bin meinem freundes und bekanntenkreis wirklich bekannt dafür leute mit so serien und filmen und so weiter anzufixen durch meine eigene begeisterung okay alles klar ja dann bin ich mal gespannt dann gucken wir uns gerne mal dark an also dass das ist genau gerade mal gucken wie viel zeit hast du heute noch so kommen wir zurück zu der liste damit wir nichts vergessen weil es sind keine sorge es gibt noch ein paar sachen die mich triggern ein ding was man relativ relativ kurz abhandeln kann ist das thema einkäufe und wir sprechen da hauptsächlich jetzt von von so ich sag mal den typischen amerikanischen film und serien so was was die breite masse halt so konsumiert auch muss man tatsächlich positiv hervorheben in deutschen sachen ist das manchmal tatsächlich sehr anders da sind genau die sachen die mich in den in den ami sachen triggern sind da anders gelöst vielleicht ist das aber auch genau der faktor weswegen ich sie so scheiße empfinden und deswegen ist es in den ami sachen nicht mit drin weil man sonst als zu scheiße empfinden würde das weiß ich nicht aber da fällt mir tatsächlich oft positiv auf wenn ich sowas dann tatsächlich mal irgendwie sehe das sind genau die sachen das wäre jetzt im ami ding irgendwie komplett anders und da wird es mich richtig nerven wo es dann zum beispiel keine ahnung gute zeiten schlechte zeiten wenn irgendwo was bezahlt wird an in dem café oder so da kommt keiner du bezahlst das und so halt nicht so dieses ami ding hinlegen und gehen so als beispiel ja nein ich gucke nicht regelmäßig gute zeiten schlechte zeiten war jetzt nur ein beispiel für etwas das man im deutschen fernsehen kennt ich habe es früher tatsächlich also wirklich sehr 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 früher so in den 90ern habe ich das tatsächlich sehr aktiv geguckt aber schon seit zig jahren gar nicht nur wegen deiner schwester wahrscheinlich das war halt einfach familien ding was wir was wir tatsächlich abends immer zusammen irgendwie geguckt haben eine zeit lang also also ich habe es jetzt als beispiel gewählt weil man das im deutschen raum einfach kennt einkäufe einkäufe sind immer fein säuberlich sortiert und die leute die einkaufen wirken selten überladen die haben immer so ein kleines papier tütchen was sie auf die auf die große küchen insel abstellen und dann wird das dann steht das da irgendwie so es sei denn ja es gehört zum plot dass die überladen sind und irgendwas fällt runter und irgendjemand kommt vorbei und hilft beim aufheben und die hände berühren sich love story oder irgendwie so was oder irgendwie keine ahnung die tomate rollt die straße runter und dann sieht der charakter dort oh man da steht mein feind ich muss weg rennen oder keiner was auch immer ja es ist auch immer super monoton du hast immer so eine fein säuberliche tüte die ist auch nie rappeldicke voll irgendwie da steht immer so alles fein fein säuberlich drin drapiert irgendwie guckt noch so ein baguette raus irgendwie und dann ist es so da geht niemand mit zwei voll bepackten armen irgendwie noch mit einer fetten sackkache hinterher wo die einkäufe drauf gestapelt sind und keine ahnung es sei denn es gehört zur story wie gesagt und die einpacker sind sehr bemüht du wirst bei so einem einkauf auch nie sehen dass sie da irgendwie so zwei pakete klo rollen oder so noch mit sich mit sich rum mit sich rumtragen oder oder ein riesen paket sewa es sei denn das ist pandemie ja aber das sind so sachen also warum warum es es wirkt so künstlich ja also diese filmeinkäufe sind immer so super künstlich ja das stimmt irgendwie weiß ich nicht warum nicht einfach mal so ein bisschen alltäglich weiß nicht könnte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr genau mit schreienden kindern ja gut die gibt es ja oft das shoppen aber das ist was keine ahnung müssen wir nicht lange drüber sprechen aber das war es wo ich mir immer denke so ja warum warum also das wirkt direkt wie so eine werbung finde ich einkaufen macht spaß gehen sie einkaufen so irgendwie weiß ich nicht und da da sehe ich mich irgendwie gar nicht weil einkaufen ist scheiße shoppen macht spaß aber einkaufen also sinnvolle dinge shoppen quasi das macht keinen spaß ja nächster punkt auf meiner liste ist tatsächlich etwas das hat natürlich auch wieder was so ein bisschen mit optik zu tun und storytelling und bla 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 weiß ich die wohnungen und häuser in denen gewohnt wird sind in der regel extrem spektakulär ja also entweder steht da eine state of the art kunststatuette zentral in der riesigen penthouse wohnung oder in dem loft mit ausblick auf empire state building oder so nämlich oder es ist einfach unfassbar groß oder es ist in einer unfassbar guten lage egal wie broke oder rich der charakter ist gerade irgendwie du hast im prinzip grundsätzlich die auswahl die eine wohnung auszusuchen die dir aus jedem fenster den ausblick auf ein wahrzeichen deiner wahl der stadt gibt ja ja ich meine ist es klar warum das passiert damit man quasi so ein bisschen related acht die sind jetzt gerade in new york man sieht die freiheitsstatue oder so man sieht die twin da ach nee sieht man doch nicht mehr aber da sieht man manchmal auch aus welchem aus welchem aus welcher zeit manche dinge noch kommen ja genau manchmal sieht man wahrzeichen die nicht mehr da sind aber das das ist halt so komisch ich meine klar das mit den wahrzeichen verstehe ich man soll so man schafft so ein bisschen bezug zum ort in dem das spielt das ist nachvollziehbar aber warum kann ein charakter nicht mehr einfach in einer kleinen in wohnung wohnen wobei du du hast ja auch wurde jetzt quasi diese riesen wohnungen beschrieben hast es gibt ja auch das andere extrem wenn ich mir zum beispiel die serie two broke girls ansehe ja und das in einer richtigen bruchbude und jetzt überlegt noch mal wie die serie heißt ja klar two broke girls ich weiß genau da wurden sie in einer kleinen bruchbude weil weil das für storytelling dazugehört es ist teil des plots genau und wenn es dazu passt dann ist das natürlich auch anders klar aber in der regel wenn es nicht zum plot passt wohnen einfach immer alle in geilen hütten ja das stimmt das stimmt so und da einfach mal so ein bisschen variation einzubauen weiß ich nicht warum macht es den charakter denn weniger sympathisch wenn er einfach in einer normalen wohnung wohnt die nicht 3000 quadratmeter hat und wo man kunst vernissagen drin abhalten könnte irgendwie ja das stimmt also warum ich gehe jetzt mal es wäre auch für den bühnenbau einfacher ich gehe gerade in meinem kopf ein paar serien durch und prinzipiell überwiegen die riesigen wohnungen mehr und auch sehr opulent also 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 entweder so richtig minimalistisch ich bin jetzt hier kunststudent irgendwie habe eine riesen penthouse wohnung aber nur das nötigste drinstehen so wo du denkst ja gut da könntest du auch noch einen fußballplatz irgendwie ins wohnzimmer stellen ja ja noch genug platz für also die nicht mal krass ausgestattet sind ja aber einfach sehr edel dann aus so edel minimalistisch wirken durchaus ja oder einfach vollgepackt mit dem geilsten scheiß und so ja normale wohnungen oder so hast du eigentlich nicht eher selten ich meine klar das ist natürlich auch immer so ein bisschen image ding man will natürlich auch irgendwie so ein bisschen das geil verkaufen und man man möchte natürlich vielleicht auch das eigene land oder die eigene kultur irgendwie gut darstellen und so weiter aber weiß ich nicht muss das sein ich finde nicht also wo ich mir vielleicht noch vorstellen kann wo es etwas ein bisschen realistischer aussieht sind also serien wie also eher so die richtung sitcoms gehen sowie friends oder big bang theory ja das ist noch ich würde sagen annähernd realistisch ja dass das ist im rahmen das sind ja dann oft auch sage ich mal wg-situationen wo man wo man an sich schon mal ein bisschen mehr grundfläche hat oder zumindest so dann große wohnzimmer wie zum beispiel bei big bang oder so hat das ist ja in ordnung oder wie gesagt wenn es zur story passt sagen wir mal keine ahnung tun der half man großes strandhaus in malibu so passt ja dann auch zum charakter und so weiter da macht das natürlich sinn aber dann einfach mal eine stinknormale wohnung zu haben wenn man ein stinknormaler charakter ist der keine besondere stellung sage ich mal in der gesellschaft hat in dem sinne jetzt erstmal warum nicht ja sicher sicher warum nicht also ich wenn ich zum beispiel an die serie fringe denke kennst du die ja ja kenne ich ähm die hauptdarstellerin die äh wie heißt sie in der serie olivia ich glaube olivia ja ähm ich weiß gar nicht mehr wie sie mit nachnamen ich habe es egal jedenfalls die blonde agentin olivia irgendwas dann haben olivia dann haben ja heißt der charakter genau die wohnt zwar in einer großen wohnung die aber nicht so dieses penthouse feeling hat wurde irgendwie drei drei und vierzig meter laufen kannst um zum sofa zu kommen genau die hat bietet zwar viel platz ist aber ganz normal eingerichtet so zwar schon ich sag mal gehobener standard und so weiter aber ich meine das ist ja bundesagenten so ne die wird entsprechend verdienen aber die wirkt das wirkt zum beispiel sehr natürlich als wohnung ja so dass das wirkt heimelig irgendwie so ein bisschen du kommst nach hause hast du ein wohnzimmer mit einem kuscheligen sofa und keine ahnung was irgendwie da hast du nicht so dieses riesen keine ahnung weltraum center wo du noch irgendwie eine raketenabschlussbasis irgendwie in die küche stellen kannst und dann hast du noch platz für ein fußballfeld und keine ahnung was einfach einfach nur damit es groß ist genau und das das hast du da nicht so sehr fällt mir gerade spontan ein irgendwie weil ich das gerade irgendwie so im hinterkopf hatte die scenerie übrigens auch eine sehr gute serie die ich sehr empfehlen kann fringe für die staffeln sollen wir mal auf den nächsten punkt kommen bevor wir nur noch über wohnung reden ja es gibt überraschenderweise gibt es noch ein paar punkte aber so ein ganz klassiker da muss man glaube ich nicht viel zu sagen sich aufteilen bei gefahr so klassisches horror szenario oh nein wir werden verfolgt die sexy frauen gehen nach rechts und die männer laufen nach links weil der wird bestimmt euch verfolgen haha ciao bitches ja so dieses sich bei gefahr aufteilen oder auch keine ahnung ich bin in der dunklen siffigen kanalisation und ich suche irgendwen der verschwunden ist klar klar verteilen wir uns quer in der kanalisation ohne eine möglichkeit uns zu orientieren natürlich macht das sinn ja genau warum sollte auch irgendwas passieren zum beispiel es verläuft sich jemand oder es geht irgendjemand verloren ja sicher aber das wird ja auch in scary movie sehr schön parodiert ja also warum wird es gemacht weil es natürlich zur story passt weil es wieder mehr suspense aufbaut also mehr spannung erzeugt und so weiter genau man kann ja verschiedene geschichten dann jetzt erzählen in dem sinne ja aber in der regel erzählt das ja geschichten von dummen menschen wenn man es mal drauf runter bricht also es ist halt dumm also teilweise auch wie so gruppen dann zusammengestellt werden ja du gehst mit dem da lang du gehst mit dem da lang und mindestens einer müsste doch mal sagen bist du bescheuert warum teilen wir uns auf und sagen alle mal nö okay wir gehen mal los ciao wir werden uns nie wiedersehen und aus dem Hintergrund hört man Markus ja genau ne also keine Ahnung lass uns dann nicht weiter drüber sprechen sonst mach ich irgendwas kaputt ähm der nächste Punkt ich als Erzieher hab's einfach mal so genannt Experten und Spezialisten aus der Kita was kannst du dir da drunter vorstellen ihr könnt mein Gesicht jetzt gerade nicht sehen es ist eher ein hä worauf will er jetzt hinaus also ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein wenig ich weiß gar denk dir irgendein irgendein Gefahrenszenario aus keine Ahnung die Welt geht unter oder sonst irgendwas es werden irgendwelche Analysten oder weltweit führenden Wissenschaftler herangezogen lass mich durch ich bin Arzt es gibt zwei Varianten entweder sind das die alten Leute mit den grauen Haaren die einfach schon ich bin Akademiker schreien aber Geld on ähm oder die ganz blutjungen äh fällt mir zum Beispiel ein äh das ist tatsächlich das Beispiel auf dem ich bei meiner Recherche zu den Themenpunkten gestoßen bin äh Bones die mit 30 Jahren eine weltweit führende Autorin im Bereich der Anthropologie ist ja ähm oder auch so welt weltweit führende Ärzte die einfach komplett blutjung sind die vielleicht mit keine Ahnung Ende 20 schon weltweit führende Experten auf ihrem Gebiet sind ja da gibt es diese schöne Serie aus den 80ern Dr. Dougie Hauser ja gut ja gut das hat er jetzt aber nochmal das hat das Ganze nochmal ich glaube das ist zumindest so in meiner Erinnerung so ziemlich das erste was da drauf passen würde aber das hatte jetzt ja auch den den Storyplot quasi du bist ein äh junges Supergenie quasi ja genau so ne das ist ja wieder eine andere Sache aber zum Beispiel auch in den Daniel Craig Filmen der Q ja ist ja auch so ein blutjunger Typ ja also in den James James Bond Daniel Craig genau Daniel Craig James Bond Film wie auch immer der Q ist ja auch ein das sieht aus wie so ein junger Kunststudent irgendwie durchaus ja der da quasi schon Hightech Sachen schafft und keine Ahnung was also ich finde es immer sehr sehr schwierig so auf der einen Seite klar man soll natürlich irgendwie so ein bisschen äh Sympathie aufbauen zu denen das tun tut das jüngere Publikum tatsächlich dann glaube ich eher zu den jüngeren Leuten so aber es ist einfach fucking unglaubwürdig ja du kannst ja gut sein in den Dingen verstehe ich aber dass da immer noch so dieses du bist weltweit führend und der weltweite Experte in wie wie du bist seit zwei Jahren mit deinem Studium fertig du Motherfucker du kannst nicht weltweit führend sein nein du hast vielleicht einen bahnbrechenden Erfolg gehabt der dich sehr bekannt gemacht hat okay ist noch glaubwürdig aber du bist nicht der Alleskönner immer überall dir fehlt auch Erfahrung eigentlich ja richtig du hast vielleicht den einen Durchbruch in dem Forschungszweig gemacht oder so verstehe ich also das kaufe ich da auch noch ab aber so alles drüber hinaus schwierig wirklich schwierig und das finde ich so schade weil auch da gäbe es ja Möglichkeiten die Sachen ein bisschen anders darzustellen aber es wird nicht gemacht weil es ist schnell es ist einfach und man hat einen Charakter mit Wiedererkennungswert so ich verstehe wie gesagt auch immer ich verstehe das bei jedem Einzelnen der heute besprochene Punkte warum sie es machen aber das heißt ja nicht dass es weniger nerven muss oder weniger auffällig sein muss richtig es könnte aber weniger auffällig sein ja ja und jetzt sitze ich hier vor meinem Computer bei mir im Arbeitszimmer du sitzt gerade am Schreibtisch meiner Frau und das ist auch eigentlich schon so der nächste Punkt Computerarbeit ist immer easy ja wenn jemand also wenn du jetzt auf einen fremden Rechner zugreifst in irgendeiner keine Ahnung als Spion oder sonst irgendwas hast du immer alles feinsäuberlich beschriftet Achtung Top Secret Geheimdokumente Projekt so und so ja das stimmt damit du das auch natürlich schnell findest bevor du überrascht wirst noch das ist ganz wichtig für den Plot deswegen muss das ordentlich beschriftet sein damit Eindringlinge das auch immer gut finden ja und wenn es dann irgendwelche Passwörter gibt dann ist auch immer irgendwie direkt in Sichtweite ich sag mal ein Hint wie du aufs Passwort kommen könntest oder sie können es erraten es ist die Tochter des Wissenschaftlers ja genau mit dem Jahr der Veröffentlichung also Passwörter können erahnt werden ja was grundsätzlich bei jedem Grundschulabsolventen nicht mehr der Fall sein sollte so und selbst in irgendwelchen Hightech-Facilities irgendwie kannst du da irgendwie noch so ein Passwort erraten ja und die sind auch grundsätzlich nie besonders lang das ist meistens so ein Wort Oktoberregen oder also also halt irgendwas so weißt du wo du denkst so ja wow nice wow hast du gut gemacht hättest doch hättest doch einfach einen Button machen können möchten sie sich einloggen ja oder nein unsere ITler nein ich komme nicht rein möchte sie sich einloggen nein ich komme immer noch nicht rein ja ich habe es gehackt wo sich jeder ITler einfach so facepalm mäßig wegdreht die Passwörter sind also grundsätzlich sehr einfach können erraten werden aber wo wir gerade beim Thema hacken kurz waren es gilt die Grundregel wer schneller tippt kann besser hacken ja ja das stimmt das ist mir jetzt auch ist mir auch gerade einfach so ein bisschen in den Kopf gekommen ich dachte mir so ja ne Hacker die tippen aber auch in Geschwindigkeiten ja guckt euch mal den Film Hackers an ist schon ein bisschen älter aber da werdet ihr genau sehen worum es geht richtig und ganz speziell beim Hacken aber auch wenn es um irgendwelche Analysen von irgendwas geht alles muss für den Zuschauer optisch dargestellt werden da gehen dann immer so drei drei bis vierzig Fenster übereinander ploppen auf und alles wird gutes Beispiel dafür NCIS dachte ich auch gerade dran sei es jetzt wenn Abby irgendwelche Analysen präsentiert oder auch wenn irgendwelche Infos über die Verbrecher und Familien und keine Ahnung was gezeigt werden auf dem Bildschirm es ploppen immer zig Fenster übereinander auf das passiert auch alles mit einem Knopfdruck und man sieht auch immer genau die Information die gerade wichtig ist obwohl 40 Fenster sich öffnen keine Ahnung wie das läuft ist wahrscheinlich eine schön animierte PowerPoint-Präsentation ich weiß es nicht aber alles muss immer visualisiert werden und die haben auch immer das modernste Equipment die haben immer das modernste Equipment immer allein das ist komplett an der Realität vorbei richtig wer schon mal irgendwo mit Computern gearbeitet hat das ist eher selten der Fall ja es muss visuell dargestellt werden sei es jetzt Hacken oder irgendwelche Analysen und so weiter verstehe ich auch das ist so ein bisschen die optische Unterstützung für den Zuschauer was aber eigentlich auch nicht unbedingt nötig ist weil du als Zuschauer in der Regel sowieso mehr weißt als die Charaktere in der Serie weil du meistens schon irgendwie das Verbrechen an sich gesehen hast im Vorfeld irgendwie was die Darsteller die Charaktere dieses Spiel natürlich noch nicht wissen also man hat als Zuschauer in der Regel in solchen Filmen und Serien ja mehr Einblick als der Charakter selbst in der Situation also wir bräuchten die Visualisierung eher selten und die Visualisierungen die wir sehen sind oft unnötig und auch extrem übertrieben und Hacken und so weiter das sind auch immer direkt irgendwelche 3D-Animationen wo man irgendwo durch irgendwelche Türme von Daten fliegt und keine Ahnung was keine Ahnung also manchmal sind die Leute einfach gut da werden wir aber nicht mehr wegkommen das ist so ein Ding das ist so festgefahren das werden wir in der Filmgeschichte glaube ich nicht mehr anders erleben und natürlich wenn wir bei digitalen Arbeiten sind ganz ganz wichtig noch wenn irgendwas verpixelt ist also irgendwie eine unscharfe Kameraaufnahme die drücken auf einen Button und das wird einfach rangesoomt und scharf gemacht und die haben State of the Art Technologie das wird immer so richtig geil hochscaniert du hast plötzlich 8K Auflösung aus irgendeiner Tankstellen Sicherheitskamera irgendwie gar kein Problem es sei denn es ist für den Plot wichtig dass es an dieser Stelle noch nicht erkannt wird ja wenn für den Plot wichtig ist dass man sich zum Beispiel mit einem Informanten noch treffen muss der die wichtige Information hat dann kann die Kamera das nicht das ist dann ganz wichtig oder dann wurden die Aufnahmen gelöscht und man hat gar nichts verpixeltes aber in der Regel haben die schon sehr geile Kameras das muss man sagen und sehr geile Technik am Computer das ist schon die können auch immer alles immer so komplett reinzoomen und keine Ahnung und das Nummernschild in 40 Meter Entfernung wird dann da noch im tief dunkler Nacht irgendwie alles mit also die sind schon hart drauf ja du guckst gerne Actionfilme oder durchaus ja wo sich mal ordentlich so die Fresse poliert wird und so weiter wo auch mal eine Übermacht gegen irgendwen antritt genau das ist so für mich so das typische Popcorn Kino ja dann bist du dem nächsten Fall auch schon begegnet und zwar dem Ehrenkodex bei Schlägertypen ja immer schön einer nach dem anderen genau warum wenn wir zu zehnt in den Raum gestürmt kommen auch zu zehnt auf den losgehen wenn ich zu einem internationalen Drogenkartell gehöre ich meine man muss ja auch ehrenhaft bleiben dann lässt sich halt einer nach dem anderen verprügeln richtig und der Good Guy gewinnt die Situation und geht und ihr liegt am Boden also und generell sind die mit den Schusswaffen immer demjenigen mit der ich sag mal Schlagwaffe unterlegen ja klar ja klar das ist ja absolut unlogisch und deswegen wird das so gemacht richtig die schießen auch nicht immer sofort natürlich nicht oder die schießen dann Star Wars mäßig einfach vorbei genau aber das haben wir ja schon behandelt also das sind so Sachen immer schön einer nach dem anderen also warum die Übermacht Nutzen die man hätte und geht so ein bisschen in die Richtung es muss auch oftmals das ist so ein bisschen alte James Bond Schule der Bösewicht muss so ein bisschen den Plan verraten das ist ganz wichtig ja immer den Evil Master Plan der muss verraten werden weil wir als Zuschauer den ja noch nicht verstanden haben deswegen muss der erklärt werden richtig und weil die immer so sicher sind wenn der keine Ahnung wenn James Bond über dem Laser Haifischbecken hängt und da hinabgelassen werden wird keine Ahnung also ich weiß nicht wie es euch geht wenn ich ein Bösewicht wäre ich würde wenn ich den James Bond sehe und den gefangen habe ich würde ihn erschießen und dann ist fertig so genau kurzer Kopfschuss Ende so dann ist der Film fertig ja genau weil es einfach für die Story relevant ist muss das einfach noch alles ein bisschen ausgebreitet werden wie so ein Pizzateig irgendwie der schön plattgerollt wird weil als Zuschauer ist man manchmal auch dumm und muss das noch ein drittes Mal erklärt kriegen auch wenn man das schon anfangs 30 Mal erklärt bekommen hat das ist ganz wichtig nervt mich tierisch ganz ganz furchtbar wenn also wenn sich dann im Laufe dieses Gesprächs irgendwie ein Twist herausstellt und so weiter dann kann das einen ganz coolen Charakter haben ist in der Regel aber nicht der Fall wenn man mal ehrlich ist ja was mich auch nervt das können wir ganz kurz abhandeln Charaktere haben selbst in den stressigsten Jobs enorm viel Freizeit du siehst wie die keine Ahnung sich völlig frei irgendwo ihre Mittagspause hinlegen können für keine Ahnung eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo am anderen Ende der Stadt unterwegs sind irgendwas erledigen oder sich mit irgendwem noch treffen ganz in Ruhe Mittagessen irgendwie also ganz in Ruhe Mittagessen kann ich in der Regel noch nicht mal wenn ich eine Stunde Mittagspause habe wenn man sich erst noch irgendwas zubereiten muss oder so oder irgendwo erst hin muss um das dann zu bestellen aber wie gesagt die Bestellungen sind da ja auch in zwei Minuten da von daher ist das kein Problem und man kriegt ja auch immer sofort ein Taxi das sofort einen Parkplatz findet von daher ist das vielleicht auch einfach ein anderer Zeitablauf da drüben weiß ich nicht vielleicht gibt das auch eine Zeitzone weißt du die fahren um elf los in die Mittagspause übertreten in der Zeitzone und kommen um zehn im Restaurant an ja weiß ich Bescheid ist es vielleicht das der Trick ich weiß es nicht dann kommen die zurück und es ist 14 Uhr scheiße keine Ahnung und die haben also gefühlt hat da jeder Gleitzeit jeder kann kommen und gehen wann er will wenn die mal zu spät kommen gibt es einen Rüffel aber eigentlich ist es auch egal ja Überstunden können die gefühlt auch machen so viel wie sie wollen ich würde total auf den Deckel kriegen wenn ich Überstunden mache wann ich gerade lustig bin ja das ist komplett egal das ist halt immer wichtig dass es für die Story relevant ist das ist ja klar und alle Freunde also erstmal haben die auch immer alle ganz viele Freunde die haben alle immer zeitgleich Zeit für irgendwelche Aktivitäten man muss sich nie für Termine absprechen es gibt auch nie Terminprobleme die sagen ja wir treffen uns dann und dann und dann und alle ja klar alle 50 Leute sind nachher da kein Problem also die haben scheinbar alle ganz reguläre Arbeitszeiten ist vielleicht auch so ein Ding dass es dass es im Amiland mehr so diesen typischen 9 to 5 Job gibt so dieses auch generell morgens so viel Zeit für Frühstück haben um mal einen kurzen Bogen zu schlagen ist glaube ich auch so dieses typische Ami von from 9 to 5 arbeiten wie man so schön sagt dass es da einfach so ein bisschen der ich sag mal der Kernstamm der arbeitenden Bevölkerung vielleicht so ein bisschen mehr ähnliche Arbeitszeiten außer so Schichtleute und so weiter und bei uns ist es glaube ich mehr so sehr jobabhängig von wann bis wann du arbeitest das könnte also wird da auch so sein aber ich glaube das ist so ein bisschen was was da so ein bisschen mit rein spielt dass das da ein bisschen selbstverständlicher ist für uns aber komisch wirkt nervt mich aber als Zuschauer ganz oft weil ich mir denke so boah ey selbst wenn ich jetzt einen Spieleabend planen würde ich meine Frau und ich okay kriege ich noch hin das lässt sich planen selbst wenn Christian und seine Frau dazukommen dann muss man schon überlegen wann passt das denn genau und wir arbeiten schon in ähnlichen Sektoren sag ich mal und müssen trotzdem noch gucken und das ist das was in was in Filmen echt weird ist und was absolut fern von jeder Realität ist aber vielleicht im Amiland einfach ein bisschen durch die Umstände geschuldet ist mag sein ähm ein Punkt was mich immer super nervt äh ist eine totale Kleinigkeit aber du wirst jetzt vielleicht sagen oh du bist so deutsch ähm Zähneputzen in Filmen Zähneputzen ja das geht sowas fällt dir auf das geht ratzfatz das ist tatsächlich ein Punkt den ich aus dieser Internetliste mit übernommen habe aber als ich es gelesen habe dachte ich mir ja stimmt habe ich mich auch schon mal drüber aufgeregt Zähneputzen geht immer ratzfatz die brauchen ungefähr 30 Sekunden um sich die Zähne zu putzen und da ist auch nie Schaum irgendwie die putzen sich scheinbar immer die Zähne so mit Wasser es sei denn dieses Zähneputzen wird aus irgendeinem Grund wirklich in Szene gesetzt dass man es als Close-Up sieht und so weiter dann haben sie mal ein bisschen Schauer aber ansonsten ist es so ratzfatzfatzfatzfatzfatz fertig super wunderbar alles klar fertig aber ich glaube mir würde auch keine Serie oder ein Film einfallen wo das zelebriert wird ja natürlich geht es darum das einfach nur kurz zu zeigen dass es gemacht wird weiß ich ja aber ich denke mir dann immer so ja Leute warum also spätestens nach dieser Folge halten mich alle für einen kompletten Pedanten glaube ich ähm du bist so richtig urdeutsch ja aber zum Abschluss habe ich noch zwei Sachen für dich und die die stören mich tatsächlich also das sind wirklich Dinge die mich stören weil es absolut unrealistisch ist das Beste hast du dir also quasi bis zum Schluss aufgehoben also das eine Ding ist einmal so die Grundrisse von Häusern oder Ortschaften in denen ich noch nie gewesen bin sind grundsätzlich für alle bekannt ich komme in ein fremdes Haus sie sagen ja kann ich mal zum Bad ja oben dritte Tür links oder so das kennt man aber ganz oft ist es auch so dass die Leute sich irgendwo scheinbar komplett auskennen zum Beispiel Einsatzkräfte Einsatzkräfte die irgendwo ein Haus stürmen die gucken sich also die gehen also die gehen natürlich systematisch durch das Haus aber es wirkt immer so als wüssten sie genau wo ist das Wohnzimmer wo ist das Schlafzimmer wo ist keine Ahnung was als wenn es so eine Auswahl aus drei Layouts fürs Haus gibt und vorne an der Haustür steht so ein A, B, C und sobald du weißt die Tür geht auf weißt du wo du hin musst so bei Einsatzkräften wie Polizei oder so kann ich das noch verstehen die arbeiten das sowieso systematisch ab so aber man hat das ja auch ganz oft so dass Leute sich in fremden Häusern so bewegen als würden sie schon seit Jahren dort wohnen das empfinde ich immer als sehr merkwürdig was aber viel schlimmer ist und das ist mein letzter Punkt und da würde ich gerne wirklich noch deine Meinung zu hören in Amerika ist scheinbar vieles verlassen aber trotzdem gut versorgt du hast scheinbar eine Anbindung an das Energienetz an die Energieversorger ja die unabhängig davon ist ob es jemand bezahlt scheinbar du hast verlassene Häuser oder Einrichtungen irgendwie eine uralte psychiatrische Anstalt keine Ahnung was oder auch Häuser die schon seit 30 Jahren in Ruinen stehen ja aber die haben Strom die Leute gehen an irgendeinen Stromkasten legen den Hebel um zack alles heller leuchtet passt ja so warum das würde bei uns nicht passieren wenn ich jetzt meine Stromrechnung nicht bezahle kriege ich eine Mahnung dann kriege ich noch eine Mahnung und dann ist der Strom weg ja und in Amerika geht es glaube ich sogar noch schneller und das ist so das auf der einen Seite hast du so dieses in Serien und Filmen dieses oh scheiße wir haben die Rechnung nicht bezahlt ja dann hast du aber Häuser die seit 30 Jahren leer stehen aber trotzdem scheinbar eine Stromanbindung haben Respekt würde ich sagen also kennst du solche Szenen also ist dir das schon mal aufgefallen so dieses typische oh ich bin irgendwo in einem verlassenen Ding ja genau dann legst du irgendwie einen Hebel um und auf einmal ist alles heller leuchtet und Strom ist immer da oder irgendwo kannst du schnell ein Feuerchen machen weil gerade brennbares Material zur Verfügung steht und natürlich glücklicherweise ist ein Kamin auch vor Ort weil jedes Haus hat immer einen Kamin um sich ein gemütliches Feuerchen zu machen ja sowas ähnliches ist mir auch schon aufgefallen also das was man braucht ist gerade zufälligerweise vorhanden ja grundsätzlich was man braucht ist in der Regel irgendwo in greifbarer Reichweite meistens das könnte fast schon noch ein eigener Punkt sein so Warnungen Zäune Abgrenzungen und so weiter Achtung baufällige Ruine und so weiter werden grundsätzlich ignoriert und das passiert dann auch weil das eigentlich auch egal ja es sei denn es gehört ja Maulhände weil das eigentlich auch zur Story gehört dass ich jetzt in diesen Minenschacht auch tatsächlich reinfalle ja dann ist es relevant aber ansonsten kann das komplett ignoriert werden oder es sind scheinbar irgendwelche Fake Warnungen genau keine Ahnung super nervig und selbst aber auch ganz wichtig nur wenn es zur Story passt und dem Plot hilft selbst wenn irgendwas 30 Jahre verlassen ist oder mehr gibt es da noch regelmäßig irgendwelche Nachtwächter oder Hausmeister die da regelmäßig ihre Runden drehen wenn das für den Plot wichtig ist dass da irgendjemand erwischt wird oder verjagt wird dann sind die da genau wenn es nicht wichtig ist dann gibt es da auch keinen also das bei all diesen Punkten oder bei den meisten Punkten heute bleibt bei mir immer so ein bisschen der Geschmack es wird das dargestellt was nötig ist aber nicht mehr richtig was in den meisten Fällen natürlich aus organisatorischer logistischer finanzieller und Storytelling Sicht absolut Sinn macht verstehe ich auch das heißt aber wie gesagt dass es mich nicht triggern muss das tut es nämlich und ich weiß dass es auch andere triggert ich bin da nicht der einzige Pedant der da so denkt aber zeitgleich gibt es eben auch immer wieder Beispiele wie zum Beispiel auch so Nebenstories die wirklich gut dargestellt werden die nicht nur so beiläufig abgehandelt werden selbst kleinste Nebencharaktere die gut geschrieben sind die glaubhaft sind die nachvollziehbare Dinge tun nachvollziehbare Probleme haben oder die man auch mal in Situationen sieht die jetzt einfach mal gerade nichts wirklich mit dem Plot zu tun haben aber durch die man viel mehr mit denen connecten kann irgendwie und da gibt es mittlerweile mehr und mehr Serien und auch Filme und ich würde mir wünschen dass das mehr sind weil das sind ich weiß nicht ob es einzig und allein an diesen Momenten dann liegt weil die so anders sind wie zum Beispiel bei einem Better Call Saul das ich sehr empfehlen kann da geht es mir zumindest so dass ich ganz oft solche Momente habe wo ich mir denke ja das wäre jetzt in anderen Serien viel kürzer viel weniger behandelt worden aber für mich persönlich trägt es in diesen Serien sehr dazu bei sehr dazu bei sie zu mögen und sie weiterempfehlen zu können und ich weiß nicht ob es manchmal die Sachen sind die jetzt einer anderen Serie oder einem Film auch gut tun würden um eben nochmal diesen Sprung auf diese andere Ebene zu kriegen oder ob es einfach dann in den Serien und Filmen das Gesamtpaket ist was es so ein bisschen runder macht das weiß ich nicht aber mir fällt auf in den Filmen und Serien die mir besonders gut gefallen sind verhältnismäßig wenige von diesen Triggerpunkten drin die ich heute genannt habe das ist mir tatsächlich schon mehrfach aufgefallen und von daher behaupte ich jetzt einfach mal dass das schon ein ausschlaggebender Faktor sein kann und ich wünsche dir auf jeden Fall lieber Christian ganz viel Spaß bei den nächsten Filmen und Serien und ich bin gespannt was du mir dann berichtest und wie viele Filme und Serien ich dir mit diesem heutigen Podcast versaut habe alle einfach alle nein dark werde ich dir schmackhaft machen alles gut ich kann das tatsächlich dann so ein bisschen von mir abwerfen denke ich ja mir werden demnächst dann ein paar Sachen wahrscheinlich dann auffallen aber das kann ich dann dementsprechend trennen weil ich tatsächlich immer noch so einer derjenigen bin die sich einfach gut unterhalten lassen wollen ja das kann ich abschließend glaube ich auch nochmal sagen dass ich durchaus in der Lage bin nur um das nochmal zu unterstreichen ja ich bin in der Lage all diese Dinge trotzdem zu konsumieren und trotzdem zu konsumieren ohne Schreikrämpfe oder Heulkrämpfe zu kriegen aber es sind einfach Dinge die mir auffallen und wo ich mir immer wieder so denke hätte man doch auch anders machen können ja ihr Lieben das war sie wieder eure Dosis Mindcast für heute wir sind Markus und Christian die Nerds von nebenan danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal lebt lang und in Frieden die MINDSTALKER is on its way talking about things in Mindcast's way die MINDSTALKER Untertitelung. BR 2018